Und das ist und wird auch so bleiben, meine Damen und Herren, das darf ich Ihnen hier versprechen. Und ich glaube, dieser volle Saal gibt uns absolut recht, dass wir hier uns als FDP, als Liberale, für ein Europa, für ein gemeinsames Europa einsetzen und die Integration voranbringen. Auch an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt sei der Fraktionsvorsitzende der Strafwassfraktion in München, Michael Mattar, denn auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen ist extrem wichtig. Gerade dort wird oft umgesetzt, was wir in Brüssel beschlossen haben. Und deswegen ist die Zusammenarbeit gerade auf dieser Ebene zwischen Kommunen und Europäischem Parlament so elementar wichtig. Und nicht zuletzt, wie schon zu Anfang erwähnt, letztendlich, wir wollen ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt für uns den Dialog suchen. Und deswegen freue ich mich ganz sehr, dass Sie heute hier sind, mit uns auch über Europa diskutieren, sich vielleicht Eindrücke mitnehmen, auch aus einer bunten, liberalen Fraktion und dann hier auch zukünftig Europa aktiv mitgestalten. Denn Europa kann nur wachsen und sich entwickeln, wenn es jeder Einzelne von uns unterstützt. Es sind viele Gesichter, die in der europäischen Politik aktiv sind, ja, aber damit allein entsteht Europa nicht. Europa entsteht dort, wo ein Schüleraustausch ist, wo Städtepartnerschaften sind, wo man weiß, dass man ohne Probleme den italienischen Käse im Geschäft kaufen kann, dass man nicht mehr ewig lange Passkontrollen hat. All das sind die Dinge, die kleinen Dinge im Alltag, die wir inzwischen als selbstverständlich erachten. Aber das ist Europa und genau hier wollen wir Ansätze uns weiterentwickeln. Denn wir wissen auch, natürlich haben wir Probleme und natürlich gibt es Fehler. Aber das ist die Aufgabe der Politik, diese Korrekturen vorzunehmen. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe, aber immer mit Europa als gemeinsamen Binnenmarkt, als Wertegemeinschaft im Auge, um dieses Ziel weiterhin zu verfolgen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich freue mich, jetzt dann das Wort an den Fraktionsvorsitzenden der alten Fraktion im Europäischen Parlament, die Verhofstattung geben zu dürfen.